so das vierte center geht auch intuitiv wir versuchen auch uns nur hier in dieser arbeitsebene zu bewegen ist etwas nervig weil ich ständig wieder orange richtig hin basteln muss weiß und gelb versuche ich eigentlich gar nicht mehr zu bewegen gut ich nehme jetzt immer hier das grüne center was daneben anliegt einfach weil ich das nervig finde nachher mit diesen beiden center hier zu arbeiten deswegen nehme ich immer das nebenan liegende und habe zum schluss dann zwei benachbarte center mit denen ich sehr leicht arbeiten kann okay ihr seht hier schon mal eine grüne eine grüne reihe fertig die ziehe ich auch schnell rein und pack schnell meinen orange wieder dorthin hoch was haben wir jetzt gemacht war doch noch nicht ganz gut aber hier ist genau das gleiche da ist das letzte stück von der seite ich packe es hier rein grün schnell aus der schusslinie und wieder mein orange center richtig hingebaut mitte fehlt dieses stückchen hier wo ist es da ist es also zweimal rauf damit ach so jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen hier ja okay jetzt habe ich dieses center hier gebaut hier ist es aber eigentlich schöner weil hier schon zwei rein sind und deswegen zerstöre ich jetzt wieder diese reihe und basteln wir hier die beiden rein da sind sie nämlich schon perfekt hin gebastelt der eine nur okay gut drehen rum und wir jetzt hier das letzte die letzte reihe reinpacken muss ich jetzt schnell wieder orange hinsetzen damit ich das nicht zerstöre hier ist die reihe von der ich eben gesprochen habe da fehlt jetzt nur noch ein stückchen das wird dieses hier sein setzt sich runter kommt aus der schusslinie raus orange wieder rein und dann kann ich das stückchen hier und mein stückchen kann ich jetzt hier nach oben holen kommt wieder raus aus der schusslinie mit u2 und orange wieder zurück gut so mache ich immer weiter immer weiter immer weiter bis ich hier das letzte die letzte reihe gebildet habe und dieses center auch fertig ist so wir schalten uns wieder ein an einer stelle wo wir das grüne sender fast gelöst haben das ist eigentlich auch nicht schwer man muss hier nur wieder immer darauf achten dass das orange und die grüne sender stücke nicht kaputt gehen also der ist jetzt hier drin muss da raus wird einfach gelöst dafür drehe ich aber gleich schon mal die reihe so hin dass er auch in die richtige position kommt wieder weg drehen und orange schnell wieder an die richtige stelle drehen okay dann diese stückchen muss ich jetzt auch nervtötend hier runter drehen aus der schusslinie und grünen wieder nach oben dann kann ich das hier rein befördern aus der schusslinie und wieder hin bauen und die letzte ecke ist hier da muss rein und ich habe die ganze reihe voll und kann sie jetzt an die richtige stelle befördern da ist er jetzt da ist dieses stückchen und jetzt mache ich einfach hier zweimal hoch drehe es wieder rum und wieder zweimal und ich habe vier das center gelöst so als nächstes kommen jetzt die letzten beiden center das sind bei mir rot und blau hier ist blau da ist rot als erstes versuche ich einfach mal so viele teile wie möglich reinzubringen und rein auszutauschen in denen ich wenn hier mehr blau sind packe ich sie in diese auf dieses center und wenn hier immer rot sind packe ich sie in dieses center zum beispiel habe ich jetzt hier drei blau in einer reihe und hier drei rotes bietet sich also wunderbar an die miteinander zu vertauschen das heißt wieder das gleiche prinzip die drei blauen sollen jetzt an diese stelle das heißt ich drehe hoch suche mir jetzt eine stelle mit drei roten da sind sie und sie runter so jetzt habe ich hier noch eine reihe mit vielen roten stein die möchte ich auch gerne austauschen kann aber jetzt nur diese hier nehmen die hat immerhin drei blaue die verändere ich noch mal indem ich die jetzt hier hin lege denn ihr wisst ja ich ziehe jetzt die drei blauen nach oben drehe dann diese reihe an die position und drehe sie wieder zurück und das sieht in etwa so aus merkt doch wir können eine sache können wir noch tun können diese diese reihe hier mit dieser reihe austauschen na ihr seht hier habe ich drei rote drin habe ich drei blaue drin das heißt die ziehe ich noch mal nach oben und ziehe diese reihe jetzt nach unten so mehr können wir nicht tun das macht keinen sinn die zu tauschen und so sieht es jetzt aus ich habe noch ein zwei drei vier fünf teile die einzeln getauscht werden müssen so dafür brauche ich jetzt algorithmen die genau die gleichen von fünf mal fünf und da gibt es jetzt einen algorithmus um zwei ecken miteinander zu vertauschen ich möchte jetzt gerne diese diese ex center stück mit diesem ex center stück vertauschen die müssen auch genauso befördert werden so so habt ihr sie jetzt und der zug ist ganz einfach geht folgendermaßen irgendwie schafft meine kamera das nicht immer das ganze scharf zu halten ok also die beiden stückchen soll miteinander vertauscht werden zug ist ganz einfach ihr haltet das so dass es einmal vorne rechts oben ist und hier oben auf dem up layer auch vorne rechts ist und dann geht es so das move ist r u r strich u r u z so das move ist r u z und r strich und ihr seht wir haben und ihr seht wir haben die beiden stücke miteinander vertauscht hier ist noch eins das drehe ich jetzt in die richtige position ich habe die gerne hier immer hier oben rechts links und da könnte es natürlich auch hier an dieser seite machen so die beiden stückchen miteinander vertauschen move ist klar r u r strich u r u 2 und r strich und die beiden teile sind miteinander vertauscht jetzt haben wir alle ecken richtig vor diesem center stück und wir kümmern uns um die anderen teile so hier kommt eine wunderbare geschichte kennt ihr noch vom 5x5 der sogenannte dynamische algorithmus das heißt hier kann ich nicht mehr mit r und u und sowas arbeiten weil sich der zug jeweils verändert das hängt immer mit der position dieser teile zusammen aber wenn ich sie jetzt vertauschen will müssen die stücke genau an derselben position liegen wie das andere das heißt ich will jetzt die beiden stückchen hier miteinander vertauschen dann müssen sie auch genau an derselben stelle sein zweite reihe von oben wenn ich die nicht mit zählen zweite reihe von oben ganz links zweite reihe von oben ganz links ok also ich halte ihn so dass das eine stück direkt vorne ist und das andere hier oben und dann sag ich immer nur down over einfach weil dieser algorithmus kein festes r und l hat okay gut also down und dazu nehme ich jetzt dieses stückchen und setze es hier in diese reihe wo das alte stück war also down und over das heißt hier kommt dieses f das kann ich noch so nennen jetzt nehme ich dieses teil hier down damit ich hier sowas wie so ein bisschen schiefes t habe meine ich das will ich immer haben so down habe ich gemacht wieder over zurück also f-strich in diesem fall und jetzt setze ich den hier oben rein ab und over in diese richtung und ab und ihr seht wir haben die beiden teile vertauscht und es sind nur noch zwei miteinander zu vertauschen in dem fall vertausche ich jetzt den mit dem und dann lauten und dann lautet der algorithmus wieder genauso ich halte den nach da und ziehe wieder down da ist er over jetzt kommt er runter ab jetzt habe ich hier wieder dieses t oder kreuz over setze den wieder hoch ab over ab und wir haben nur noch ein einziges kleines pupsstückchen das setze ich hier rein ihr könnt ihr das ganze auch hier machen und da oder da und da ist vollkommen egal wichtig ist dass ihr euch an diese regeln mit diesem kreuz mit diesem stilisierten kreuz haltet also die beiden müssen vertauscht werden dann der mit dem down und jetzt kann man das besonders schön sehen da ist er jetzt over der geht natürlich rein damit er nachher voll ist und eine Reihe bildet down so muss es aussehen in etwa over hier jetzt f' an dieser stelle ab und ihr seht da haben wir schon over ab und alle center sind richtig gelöst